Was machst du da? Das ist ja Wahnsinn. Ah, da kommt schon die Frauen hin. Mit dem Stinkefinger. Hast du das gesehen? Ist das normal? Darf man die filmen? Oder brauchen wir die Erlaubnis? Du musst ja schon die Erlaubnis filmen. Die Filmerlaubnis. Hallo, ihr Männer. Und das war jetzt hier. Hey, wir sind in Speyer. Halle. Was machen wir hier? Halle. Was wir hier machen? Mauschelgeschäfte. Entschuldigung. Die Halle sind ziemlich klar. Das ist die Bühne nur für Schlagzeug. Das ist aber dreckig. Wir wissen ja nicht, ob wir was machen. Aber wir überlegen uns hier was zu machen. Wenn die Halle gut genug für uns ist. Ja. Mittlerweile suchen wir die Halle aus. Ja, natürlich. Nehmen wir die Halle, wir uns. Halle Ends und Ends. Werbung. Ich schäm mich so für dich. So, hey. Halle 1 und 1 ist ein guter Lade. Guck mal. Kannst du sogar Eier sammeln. Ich hab jetzt ein Ei gekriegt. Warte mal. Schießt, dass du nur eins hast. Und wo ist jetzt das Pokémon? Das Pokémon hab ich nicht gefunden. Da müssen wir jetzt rauslaufen. Vielleicht in meiner Umgebung ist aber noch kein Pokémon. Aber der Pokémon. Wir hocken doch zwei, oder? Jetzt muss ich mal rausgehen. Vielleicht find ich mal hier ein Pokémon. Der Halle Ends und Ends Speyer. Du machst mich fertig, oder? Der ist doch völlig steig. Ich zeig dir wieder Monchi normaler, was das nächste Mal über die Gegend läuft. Ja, richtig. Das ist ein Monchi. Es gibt auch Feinrip Go. Ja, kommt bald. Mach den Scheiß doch einfach mal mit. Nee, ich hab mich die ganze Zeit geweigert den Scheiß zu machen. Stopp, stopp. Irgendwo ist die Arena. Guck mal, guck mal. Irgendwo ist die Arena. Helf mal. Du bist auch aus Speyer. Ich bin überhaupt nicht aus Speyer. Thomas Hassler. Wo ist die Arena? Die Arena. Wo ist denn das da bei irgend so einem Flugzeug? Das ist wahrscheinlich hier drüben bei Technikmuseum. Zeig mal kurz. Kannst du es besser machen? Aber das Problem ist, ich bin erst in Level 3. Ich komm dann nächste Woche noch einmal, okay? Vielleicht find ich mal da noch eins. Ich find's gut. Oh Mann, das ist peinlich. Wo ist das Sven eigentlich schon fott? Sven ist schon fott, ja. Schade. Wer ist das? Weil dann wollte ich auch noch ein Pokémon fangen. Der ist doch Renz, oder? Mit seiner blonde Ruhe. Ja, guck mal da oben. Sieht so aus. Was wird der Berge drüber heute? Alter, mach das aus. Kannst du nicht sehen, dass sowas, ne? Nee, mach das weg. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt bin ich im Gratisbereich. Das muss ich empfangen. So, raub sie. Nee, jetzt. Wo ist er? Ist er denn da irgendwo da drauf gesetzt? Wir können die Orientierung dieses Handys nicht ermitteln. Oh, was ist denn das? Vielleicht hier oben. Vielleicht hier oben. Ja. Jetzt, ich hab ihn. Da war er. Hab ich ihn? Was? Nee, der rennt doch noch davon. Hab ich ihn? Das Bobbycar. Jaaaa! Klasse. Boah. Ich rede doch mal ein bisschen ehrlicher. Nee. Oh, Feinrip. www.palzrock.de B. 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 B.